Willkommen heute zu einem neuen Video von mir und heute mal ein Video wo ich euch drei gute Monitore vorstelle. Vorerst einmal danke an 64 Abonnenten mittlerweile. Auch vorerst die Reihenfolge der vorgestellten Monitore ist nur Zufall und nicht vom besten zum schlechteren. Fangen wir an mit einem BenQ Monitor welchen höchstwahrscheinlich die meisten schon kennen werden. Es ist der GL2450HM mit 24 Zoll also 61 cm Bildgröße. Zudem hat dieser Monitor eine Reaktionszeit von zwei Millisekunden und ist somit auch für das Zocken gut geeignet. Des weiteren besitzt dieser Monitor einen HDMI Eingang und einen Lautsprecher. Dieser Monitor ist natürlich ein Full HD Monitor und auch ein 60 Hertz Monitor. Als nächstes kommen wir zum nächsten Modell welcher ein Asus Monitor ist und um genauer zu sein der VS248HR. Dieser Monitor ist auch ein 24 Zoller und hat diesmal aber eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde also nur die Hälfte des BenQ Monitors. Auch besitzt dieser einen HDMI Eingang aber keine Lautsprecher. Bei diesem Monitor handelt es sich auch um ein Full HD 60 Hertz Monitor. Zuletzt kommen wir zum nächsten Modell welcher jetzt ein AOC Monitor ist mit 24 Zoll also 60,96 cm Bildgröße also etwas kleiner als die anderen Monitore. Dieser Monitor hat eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde und unterstützt HDMI. Zudem ist dieser Monitor auch ein Full HD 60 Hertz Monitor. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr noch weitere Video Ideen habt, könnt ihr mir diese gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video.